Ich krieg zwar noch extra Punkte für die Kids, aber du willst ja eigentlich das Ziel nicht erwischt werden und bis zum Schluss durchzukommen. Ja, absolut, ja. Aber ich weiss nicht. Ich finde auch für mich, wenn ich Fun habe, dann muss ich ja ein paar Kills machen, sonst macht es mir nicht so Fun. Ja, das... Ich glaube, wir können jetzt auch nochmal runter, uns schnell zulauten und dann dort einfach warten. Ja, ja, ja. Egal, du willst ja auch noch ein bisschen Spiel-Fun haben. Das ist ja nicht so witzig, ja. Muss ja auch ein bisschen trainieren, aber wenn man jetzt wirklich auf Sieg spielen würde, müsste man das so machen. Ja? Sich voll looten und da alles umlegen, wenn es geht. Äh, weiter hat sie ins eigene Knie schon, Alter? Ich glaube, aber schlussendlich ist es... Also... So ist es immer... Ich habe es im Warzone wahrgenommen. Es ist eine Mischung aus beiden. Du musst wissen, wann... Du musst die Schnee-Büsse spielen, halt... Und dann musst du aber auch wissen, wann muss ich jetzt pushen, damit sie eigentlich nicht pushen. Genau. Genau. Ja, dafür musst du eine Spür kriegen, ja. Ich meine, ich spiele... Ich spiele ja auch defensiv. Also defensiv heisst für mich aber auch nicht, dass ich dann in einem Feuer, vielleicht wie eine Mutti, immer wegrenne. Aber wenn ich dann so eine Fecht habe und dann mache ich auch Druck. Ja? Ja. Ja, aber es ist... Das finde ich richtig. So ein Switch dann von... Defensive auf aggressive heisst... Oder Aktive heisst... Und so. Ich habe ihn geholen. Das ist ein Gegner bei mir. Ich kille ihn auch schnell. Und wenn der da ist, dann ist er aber schon nie alleine. Er ist nicht direkt da und das heisst es müsse noch... ... ein Kollege von ihm daheim sein. Gibt es hier eine neue Pamke, oder? Ja, sie sind auch sicher... ... von Norden, die Geschüsse. Ich habe eine blaue Pamke, eine Maschinenpistole und eine graue Pamke. Hier ist er, der Feind. Geht's nicht? Der ist über mir, hier, wo ich bin. Oder im Keller, ich weiss es nicht. Steht! Oh, Schappen! Geht's nicht? Geht's nicht? Geht's nicht? Geht's nicht? Geht's nicht? Ich sollte mich nicht erschossen, oder? Sind das für ein Globby? Da fahre ich schon, aber es wäre ein Boot gewesen. Ja, so... Kann schon sein. Weisst's nicht genau. Ist es längst du und nicht mehr... Ah, der ist nicht längst du. Ah, der ist nicht längst du. Die hässliche Panone. Okay. Sieht aus festlich gefunden. Ja, hab ich auch frei. Warte, ich habe mal einen. Ah, zwei. Warte mal, nein, du hast ja noch blaue Pilze und so. Guck mal, der Pilz, der hinter dir am Regal ist. Ah, nein, mit einem über 50. Äh, ja, ja, du das... Mit dem, mit dem, mit dem hier kommst du über 50. Ah, da geht dann immer noch leben. Ja, 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 ja. Nein, das ist... Ist das dies da, das grüne? Ah, krass, eben. Oh, F***. Hä? Da ist das blaues, oder? Nein, die Pumpkin, das glaube ich meine, ja. So... oder? Oder? Schau mal, hier ist auch noch ein Pilz wieder. Schüsse aus Südwesten ungefähr. Ah, das ist so. Das Neid habe ich noch nicht gefunden. Ja, ich habe hier nicht gewissen, hier oben. Da sind die Bari, sie kommen. Ah, jetzt ist der Abteil. Er tut mir, wenn man den Kopf geht auf die Arne. Also da haben sie gerade gegnert. Es ist gerade ein Squad, hat das andere gekillt. Ah, das sind die. Wollen wir zu einem Mission gehen, oder nicht? Nein, es ist gerade ein Squad, hat das andere gekillt. Das wäre jetzt gerade das zweite. Oh, wo sind sie? Oh, wo sind sie? Ah, da unten. Ah, alles klar. Ah, sehr heiß g'sehen. Ah. Eine Stahl. Schön. So, da wisst ihr jetzt, die holen auf jeden Fall keinen wieder her. Komm mal her, hier. Oh ja, hier stehen. Oh ja, hier stehen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, zwei Mann sind da sogar oben. Ja, das ist jetzt. Eine Schlage. Ja, die bauen sich da oben ein. Einer kommt runter. ja aber noch um nix denn es hätte eingebaut die sau oder hat ein spider-man er kommt hinter dir sie sind hier unten ha 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 oh der Sturm, der Sturm nein, raus gehts nicht reicht das noch? ich muss nicht einschätzen ich muss nicht weit nachher oooooooh blau forest gerade so hier ist das Rüstung, Tränke kleiner hier gekommen Ja? Ja, da ist schon bald wieder zuerst geworden, dann schickst du schon mal rein. Oh, voll. Ich habe sie eingefahren. Ah, du hast die Balli-Röste durch, das ist schon besser. Ah, jetzt müssen wir weg. Oh, einen auch da. Oh, sie kaut werden. Oh, sie kaut werden. Huh. So, schauen wir schon. Ist das nicht aggressiv gespielt gewesen? Nein, das war... Wo gibt es einen noch? Gleiches... N-P-T. N-P-T. N-P-T mit N-O-D. N-P-T mit N-O-D. N-P-T. 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 Jetzt kann ich den High-Ground finden, also da oben rein. Ich glaube so eine Leuchtpistole, soll ich die mal schießen? Ich habe schon mal ein trockiges Ufer-Ball da hinten. Ich habe schon mal ein trockiges Ufer-Ball da hinten. Da vorne brennt es irgendwie? Ja, das ist von meines Ignab-Pistole vielleicht. Aha. Ah, der wird gefallert. So Süd-Wert. Da ist der. Kommt da auf den Berg rüber. Ja. Da schiesst einen auf den. Ja, ich sehe ihn. Ah, wir haben ihn getroffen mit dem Sniper. Ah, der hat nochmal einen Hit. Einer ist abgehauen. Arsch da! Es wird... Och, nice. So nicht, ey. Ich habe die Verbandspacks, kann ich dir hier nehmen. Ganz hoch, wir haben einen. Ich weiß nicht. Da muss ich mir auch mal einen Schreiber binden hier. Der war vor dem Haus, vor dem Haus. Ah ja, der schießt aus dem Haus oben raus. Boah, Fotze. Kannst du mich holen noch? Oh, das ist eng. Eins habe ich noch. Ah. Da oben haben wir keine schlechte Position im Fall. Quatschgeladen. Da nimmer. Ich habe dir was hochgeschmissen. Ja, das ist schwierig. Ah, ich habe schon. Ah, danke. Super. Oh, jetzt vorne. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, nein. Jetzt sind wir noch auf dem Kackhaus oben da oben. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe gerade noch einen anderen Squad von unten. Sehr gut. Komm, wir machen hier schön den Lacky jetzt. Oh, auch noch von oben. Oh, vorne Porling. Oh, noch nichts von wronges. Das ist ein Scheißer Hast du V-Shield? Äh, nein Hast du das? Ja, das sind zwei Kannst du den anderen Sätzen noch haben? Ah, super Nein, nein, nein Jetzt ist da eine kleine Waffe Aber keine Oh, da Irgendwo ist der Feind Ja Ah, die sind da zu zweit Die sind da zu zweit Über Wow Ja Habe ich wieder eine Stehnung? Nein, noch nicht Yes Wahnsinn, gell? Ich war dabei Nein Das war jetzt aber ohne Defensivspiel Nein, einer war schlau, ich habe ihn von weit getroffen Da entdeckt, ich halte auch gerade, ist der zweite A noch hoch Ja, ja, ja Woll eh noch Was ist das? Was ist das? Nein, Kürz Was ist das? War halt eher zu spiel, oder? Mhm Kreuz